Und damit einen wunderschönen guten Abend. Und ich hoffe, ihr habt es nicht zu heiß gehabt, so wie ich. Bei mir war es sehr, sehr heiß. Und jetzt ist es auch sehr heiß, während das Headset auf ist, auf der Birne. Wird es ziemlich warm, muss ich sagen. Deswegen weiß ich nicht, wie lange wir heute das Video machen. Aber ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ich hoffe, ihr lieben Leute auf YouTube abonniert mich. Und könnt liken, disliken. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, wie hat es euch gefallen oder ob es euch nicht gefallen hat. Was ich verbessern kann, was ich nicht verbessern kann, brauche. Und die Leute, die öfters mal zuschauen, ich grüße euch und danke, dass ihr zuschaut. Und alle anderen auch. So, starten wir mal. Gehen wir mal weiter, ne? Beim letzten Mal haben wir ja so einen Mother Brain Bug gekillt. Und unsere Marines sind da ziemlich erschöpft. Ich hoffe, wir haben noch ein paar Marines übrig hier. Schauen wir mal. Dann sind wir immer noch bei der ersten Mission sozusagen, wo wir immer wieder reingeschlüpft sind, um unsere Ressourcen zu knacken. Also, nicht zu knacken, sondern zu looten. Haben wir den ersten Stock noch nicht richtig ausgelootet. Wollen wir uns mal ein bisschen anschauen. Sind wir bei Tag 3? Das heißt, nicht Tag 3, sondern Level 3 der Planetenbefallschwierigkeit. Auf Level 3. Und wir werden das schon hinkriegen irgendwie. Jetzt müssen wir mal gucken, was für Marines wir uns... ...verfügbare Marines, erschöpfte Marines, traumatisierte Marines. Okay. Gehen wir mal in die Medquartiere kurz. Vielleicht können wir ja jemandem helfen. Hallo, Administrator. Können wir keinen helfen. Okay. Verwundete Marines in der Krankenstation... ...werden in der Krankenstation geschickt. In die, Entschuldigung. ...um sich von ihren Verletzungen zu erholen. Jawohl. Okay, passt. Gehen wir mal wieder zurück. Und erst ab Level 3... ...der Marines können wir neue Sachen kaufen. Jetzt pass mal auf. Operationen bereit sind in den folgenden Bereichen. Missionen auswählen. 70% der Missionen haben wir schon erledigt. Juhu. Juhu. Premierziele 10 von 14... ...nach... ...Datenpads 12 von 19. Müssen wir noch finden. Materialien 190 von 300. Xenothek. Brauchen wir noch einen. Okay. Marines. Hey. Nein. Entstanden. Uploading Mission data. So. Okay. In die zweite Etage... Also in den ersten Stock... ...können wir natürlich nicht. Wir müssen in den Fahrstuhl. So. Haben wir hier... ...irgendwo noch Zeug zum Looten? Ich glaube nicht. Passt. Was ist mit dem nächsten Stock? Der Minenschacht. Da sehen wir natürlich überhaupt nichts. Da müssen wir wahrscheinlich... Das ist unser Haupt-Missionsziel. Minus 1. Aber hier müssen wir eigentlich... ...schon alles gelootet haben. Eigentlich. Wir müssen also zum Fahrstuhl. So wie es ausschaut. Hier ist ein Fahrstuhl. Hier ist auch ein Fahrstuhl. Hier ist noch alles dunkel. Hier waren wir noch gar nicht drin. Kann das sein? Ansonsten... ...haben wir schon alles erledigt hier. So wie es ausschaut. Hier ist auch noch dunkel. Und da ist auch noch dunkel. Gibt es doch nicht. Warum ist da noch alles dunkel? Müssen wir da noch mal rein? Oh, dann kommen die Viecher. Macht nichts. Geh mal hier hin. Achso. Ja, cool. Geht er eh da hin. Passt. Marines! Grüß dich, lieber Zuschauer. Nummer 2 und 1. 1 und 2. Viel Spaß beim Zuschauen. Haben wir nur Cloppy Marines hier. Zur Zeit. Und den Depressiven, den werden wir gleich mal austauschen. Mit. Hm. Feeder Man. Maury. McDonald. Old McDonald. Had the farm. Hier, hier. Ho. Äh, lasst euch nicht stören. Bei mir ist ein bisschen Durchzug, weil es echt heiß ist. Und die Geräusche. Ich weiß nicht, ob ihr die hört. Sharp. Torrance. Den Torrance-Typen, den wir... Warte mal, haben wir den? Der ist... Achso, Torrance ist der. Nee, ist er nicht. Okay. Nehmen wir mal Torrance. Weapon. Nearing. Ja, Torrance sieht ganz gut aus. Der sieht ja wieder so aus. Oder immer. Als ob er dem gleichen Alien aus dem Kopf kommt. Wie bei Niren. So, haben wir jetzt einen schwachen, einen eingerosteten. Äh, einen ungeschickten. Und einen Pechvogel. Na gut. Bast. Vorräte. Brauchen wir unbedingt. Ressourcen, die überwiegend für technische und mechanische Interaktionen oder Fertigkeiten verwendet werden. Bast. Also das nehmen wir auf jeden Fall hier wieder. Wie viele können wir von denen nehmen? So. Nehmen wir fünf. Nehmen wir sechs. Egal. Davon nehmen wir zwei. Dann können wir einen Schutzraum machen. Ich hoffe, das reicht. Und hiervon... Ah, nimm mal... So viele. Nimm mal zwei. Bast eh gut. Bast. Können wir die Mission starten, oder? Was sagt ihr? Jawohl. Keep cool, Marines. Keep cool, Marines. So, da bin ich auch mal gespannt. Die letzten zwei nicht entdeckten Räume, also noch nicht erkundschafteten Räume werden wir jetzt noch erkundschaften. Und dann werden wir mal runter ins Tiefgeschoss gehen, wahrscheinlich ist das, oder? Weiß ich jetzt nicht genau. Achte auf deinem Bewegungstracker. Bewegungstracker. Xenomorphs sind rücksichtslos und tun alles, um deinen Trupp zu erreichen. Die kommen sogar durch die Lüftungsschächte. Und man hört sie nicht. So wie bei Alien Isolation, da hört man es ja. Und da tropft es denn aus den Lüftungsschächten raus. 75 Prozent. Lade Daten. 70 Prozent der Missionen haben wir schon erfüllt. Das ist gut. Also ich finde das Spiel extrem gut. Man braucht halt Zeit für das, ne? Aber das ist wirklich extrem gut. Der Sergeant ist ein... Zum Sergeant müssen die Leute erstmal heranwachsen. So, was ist jetzt hier? Marines, achtet auf eure Munition. Ladet nach. Habt ihr keine Munition mehr? Ja, wechselt in die Sekundär-Munition. Vier Glück, Marines. Neben uns ist gleich der erste unentdeckte Raum. Da werden wir gleich mal reinhuschen. Solange wir bei unseren... Bei unserer Karre stehen, kann uns nichts passieren. Denn die Karre, die vernichtet alles. So. Dieser Raum hier ist der nicht entdeckte, glaube ich. Da wollen wir rein. Jupp, das ist der Raum hier. Na gut. Okay. Move on. Schauen wir mal, was uns da drin erwarten wird. Bleibt ganz ruhig, Marines. Folgt mir, Marines. Sind hier irgendwelche Eier, Marines? Es ist sehr ruhig. Es ist sehr ruhig. Es ist sehr ruhig. Wir werden hier jetzt noch keinen Schutzraum einrichten, denn das brauchen wir nicht. Wir haben noch volle Gesundheit und volle Munition. Alle Viecher kaputt hier. Geschlachtet von den Xenomorphs. Hier haben wir auch nichts, Marines. Das ist echt cool. Du kannst die Taschenlampe... Du musst nicht Dreieck gedrückt halten. Du kannst mit R3... ...die Taschenlampe durchgehend anlassen. Den Raum haben wir jetzt gelootet. Hier scheint nichts zu sein. Hier drüben waren wir schon, ne? Dort waren wir. Hier waren wir noch nicht. Als wir jetzt rausgehen, dann werden wir den Gang entlang... Hier ist eine Barrikade. Das heißt, wir werden hier lang gehen. Und da durch. Also hier brauchen wir nicht lang. Wir gehen jetzt hier wieder raus. Wo warst du? Wo warst du? Wo ist denn jetzt die Tür? Machen wir mal hier? Ja. Move on, Marines. Hier lang, ne? Ah, guck mal. Hier haben wir das eine Vieh ja schon erledigt. Das ist ja cool. Das ist das nächste Vieh. Hier, hoffentlich springt uns das jetzt... Hier ist die Barrikade. Sollen wir jetzt wirklich die Barrikade killen? Ach, die kriegen wir gar nicht gekillt. Okay, dann gehen wir hier hinten durch. Wir müssen uns beilen. Denn... Bleibt ruhig, Marines. Hier haben wir den Brain Bug gekillt. Da ist unser Brain Bug. The Big Mother. Move on. So, und hier drüben ist der noch nicht entdeckte Raum. Das sieht darin... Nicht ganz so gesund aus hier. Okay. Da ist ein Vieh. Gibt's hier noch eine Tür, ne? Doch, da gibt's noch eine Tür. Hier gibt's was zum Looten. Das schaffen wir. Und währenddessen... Währenddessen stellen wir... Hier... Das Ding auf. Deploying Sentry Gun. Sentry almost ready. Move, move. Sentry activated. Gut. Alles klar. Jetzt haben wir alles... Äh... In diesem Bereich... Abgelootet, gell? Ach, genau hier kommt das Vieh raus. Das ist aber nicht so gut. Dort wartet das andere Vieh auf uns. Das ist auch nicht so gut. Ich hoffe, die verschwinden gleich wieder. Wir könnten allerdings... Könnten wir hier... Hier raus. Und dann hier lang. Und dann da lang. Und dann hier lang. Und dann da lang. Und dann hier lang. Also könnten wir das Auto im Prinzip... Das ist schon weit. Okay, weißt du was? Das sind zwei Viecher. Wir holen das Auto hierher. Wir gehen dann... Gehen dann hier raus. Alles klar. Fast. Mach mal so. Wo ist das Ding? Äh... Nehmen. Pack in Sentry Gun. Sentry packed. Komm mal, Team. Oh, guck mal. Da ist noch ein Datenpad. Hey. Ich habe etwas gefunden. Sieht wie ein Datapad. Hurry up, Squad. So, jetzt haben wir das gelootet. Jetzt müssen wir zum Fahrstuhl. Aber das machen wir mit unserer Karre. Damit wir noch ein paar Viecher erledigen können. Hoffentlich kommt jetzt kein so ein Vieh. So, wir müssen jetzt hier lang. Too quiet. Run! Warte mal, ist hier noch... Ne, die Kisten, die haben wir schon. Come on, Team! So, hier ist noch mal wieder draußen. Und hier irgendwo ist unser Auto. Ja, cool. Haben wir geschafft. Siehste. Geht doch. So, Trupp verlegen. Wir müssen jetzt zu unserem Fahrstuhl. Welchen Fahrstuhl nehmen wir da? Den hier oben, oder? Na ja. Okay. Oder wir gehen zu dem. Dann können wir hier mit dem Fahrstuhl hoch- oder runterfahren. Geh mal hier hin. Jetzt gucken wir einfach dazu. Wie das unsere Karre... äh, 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 die, 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 die unsere Mitbewohner hier killt. Na, wo sind sie denn? Na, komm schon, hier wird doch wohl einer sein. Jawoll. Keine Ahnung, wo das war. So, da hinten ist das Ding und wir müssen hier rein, ne? Das sind zwei von den Viechern. Aber wo? Das müsste ja genau hier sein, ne? Hier kommt das Vieh dann raus. Das ist genau in diesem Lüftungsschacht hier das Miststück. Verschwind doch. Haha. Eins hätten wir erledigt. Das andere Vieh wartet echt dort bei diesem Fahrstuhl. Na gut. Geh mal. Machen wir das Vieh fertig. Ah, jetzt ist es weg. Das ist gut. Okay. Jetzt gehen wir in den ersten Stock. So wie es ausschaut. Hurry up, you sloths. Sobald der Status gejagt, angezeigt ist, abgeklungen ist, wird es wieder ruhig automatisch. Ist ja logisch. Die Viecher sind da, aber wir werden nicht mehr jagen. Ja, ja. Ja, ja. Anscheinend ist es weg. Hoffentlich ist es weg. Copy. Haben wir sonst noch irgendwas zum Looten, ne? Okay. So. Jetzt müssen wir hier raus, aber wir... Da ist das Vieh. Das ist noch weit weg. Alles gut. Okay. Okay. Jetzt mal ein bisschen umgucken hier. Hier liegt noch einer. Achso, den haben wir schon. Okay. So, jetzt gucken wir erstmal, wo wir hin müssen. Wir müssen da hinten hin. Ach, hier ist auch noch nicht. Okay. Da ist das Vieh. Da ist unser Tracker. Ach, guck mal, hier ist auch noch einer. Hier müssen wir auch noch hin. Oh, echt jetzt? Ja, den gehen wir erstmal zum nahegelegenen hier hin. Oder? Naja, jetzt kommt der erstmal das Vieh. Gehen wir erstmal hier lang. Gehen wir erstmal hier lang. Ich hoffe, wir gehen jetzt mal hier hoch. Da hin. Erreiche das Büro. Achso. Ne, dann gehen wir doch da hin. Okay, jetzt kommt erstmal das Vieh. Gehen wir wieder rein. Wo ist der jetzt? Der ist jetzt genau hier. In den Räumen. Da müssen wir auch noch hin. Ne. Hier ist das Vieh. Oh, jetzt kommt das Vieh schon wieder zurück. Echt jetzt? Wo können wir uns denn stationieren? Hier. Ach, der fährt, der läuft woanders rum. Okay. Äh. Äh. Passt. Geh mal. Geh mal. Mehr Signale. Inkommen. Was? Hurry up, Squad. Wo müssen wir denn jetzt rein hier? Das gibt's doch nicht. So wär's total falsch, oder was? Ne, wir müssen hier rum. Das ist doch mal richtig. Shit. Wir brauchen. Wir brauchen. Wir brauchen. Wir brauchen. Die Tür ist verbunden, jemand hat den richtigen Telefonnummer gemacht. Ich habe einen persönlichen Transmitter auf der anderen Seite. Es könnte ein liveer sein. All right, Burieds. Lass ihn aus. Es ist ein Drone! Shit! Das Ding ist tot! Ja! Wir entfernten ihn! Cut die Tür öffnen. Ja! Thomas. Ich bin ein bisschen ruhig dabei, weil da muss ich mich ein kleines bisschen konzentrationen. Wer ist da? Wer bist du? Bist du mit der Firma? Ja. Geh es einfach, Mann. Wir sind der US-CM-Corp. Ich bin unter den Orten von Sergeant Harper und in Kontakt mit Administrator Hayes von Pioneer Station. Herr Joe McCallan, Techniker 2. Klasse. Bitte, nicht mich hier. Bitte! Techniker? Chief Corrigan könnte wahrscheinlich noch ein paar Hände benutzen. Keine Ahnung, er wird in meine Dropship. Wie wissen Sie, er ist nicht infestiert? Infestiert, Hunslet. Diese Dinge sind Parasiten, nicht eine Krankheit. Marien, Sie denken, wir können ihn vertrauen? Ich meine... Er hat die Tür ziemlich festgelegt, um diese Leute zu halten. Nur auf ihn, bitte? Squad Lead, bringe ihn zurück in die ARC. Aber stehe alert. Ich will keine Überraschungen. Okay, bleib ruhig, Joe. Wir werden dich von hier raus. Bleib mit uns, wir werden dich zurück in unsere Transporte. Ich denke, wir sind spotten. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Super. Okay, dann einmal er hier. Plündern. Was? Ziel abgeschlossen. Ja, ja. Ist ja gut. Wieso kann ich den jetzt nicht plündern? Dein Inventar ist voll. Ey. Echt jetzt? Ich dachte, wir haben hier... Schauen wir mal. Dann machen wir das erstmal so. Von hier. Zack. Komm mit. Komm mit. Deploying Sentry Gun. Sentry almost ready. Sentry activated. Super. So, dann können wir mal gucken hier, was kann man denn noch so looten? Er hier. Und dann. Let's see what's inside. Sonst gibt's nix hier. Wo ist das Vieh? Ah, hier ist auch noch einer, den man plündern müssen. Und hier vorne auch. Drei Materialien. Na toll. Also die Viecher kamen anscheinend nicht rein. Dann müssen wir das... wieder nehmen. Achso, wir müssen ihn mitnehmen, ne? Mitnehmen. Er könnte an Bord der Dings... Okay. Na dann. Wie kommen wir jetzt zum Auto? Wir müssen wieder zum Fahrstuhl. Rechts, links, rechts, geradeaus. Okay. Okay. Was? Was? Rechts, links, rechts, geradeaus. Na dann. Oh, wir haben hier noch eine DNA. Na genau beim Fahrstuhl. Hier ist dein Sample. Das wird jetzt ein bisschen... Ja, kommt her. Kommt alle her, ihr Mistdinger hier. Ja. Deploying Sentry gun. Shh. Here's one. Sentry almost ready. Mistina! Jetzt sind wir gejagt. Nachladen, Leute. Okay. Okay, den nehmen wir mal wieder weg hier. On my way. Hold on, Marines. Ach, Mann. Packing Sentry gun. Sentry packed. So, und die anderen gehen bitte weiter. Move, move. Schneller, Leute. Schneller. Einmal in den Fahrstuhl bitte. Ich seh nix. Jetzt seh ich was. So, wir kommen mal rein. Hier lang. Scher. 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 Ich denke, wir sind gut. Jetzt eskortieren wir ihn mal zurück hier. Jetzt. So. Erdgeschoss. na siehst du das hätten wir doch erstmal geschafft also noch nicht ganz wir müssen den noch in unser auto bringen wenn wir das geschafft haben werden wir zurückgehen den einen typen looten dann schon mal weiter oder genau und das machen wir dann im eilschritt auf jeden fall haben wir den schon mal so halbwegs gerettet wenn das spiel so ist wie ich denke weil der hat ja so und vielleicht so ein xenomorph baby in sich drin dann schicken wir den auf die krankenstation und da schlüpft das das vieh und da müssen wir dann gegen das vieh kämpfen oder jetzt gehen wir erstmal zum zu unserer karre wo ist unsere karre da ist unsere karre dann können wir gleich links raus gehen ok so trupp verlegen was jetzt trupp verlegen trupp extruzieren in ihr haus holen das hat man geschafft bitteschön super jetzt kommen zwei viecher von da da drin sind die viecher aber da waren wir schon drin oder was hier waren wir noch nicht drin ernsthaft wir kommen hier nicht um die kreis zu genießen, also los, jetzt! ah das ist eine bar! ah ok drei viecher! krass also da müssen wir später nochmal hin das werden wir mal markieren hier dort hä? nein nochmal zack lass uns machen, was wir gekommen sind und rauskriegen uns hier rauskriegen können wir nicht markieren oder was? ernsthaft? ok wir wissen ja wo es ist jetzt fahren wir mit dem fahrstuhl wieder hoch ganz flink fahren wir mit dem fahrstuhl wieder hoch weiter doppelt ich denke wir sind gespeichert auf meinem Weg! so jetzt fahren wir in den ersten stock und dann holen wir uns diesen einen typen der da tot liegt und looten den erstmal da sagt man immer, einer geht noch, einer geht noch rein hey deadhills wie kann man eine, eine, ein, äh, gebiet so nennen? eigentlich haben sie ja recht, ne? was? wo? das müsste ja genau hier sein, bei der lüftung hier war das hier müssen wir hin wieso kann man nicht mehr wieso wieso kann man nicht mehr markieren, das verstehe ich nicht also wir gehen jetzt hier raus, rechts, links, geradeaus, links und wieder links und hier ist er so, das ist der, den wir looten wollten, ne? weil hier drin haben wir ja schon alles gelootet außer das hier, aber da, da haben wir nichts den haben wir auch schon, alles klar, den gehen wir jetzt wieder zurück ganz leise dann gehen wir hier rum, ne? ist der wieder an der lüftung da hinten? hier ist nichts wir sind jetzt hier ach so, dann müssen wir hier lang müssen wir uns beeilen, ne? was? jetzt müssen wir uns beeilen ach, glück habt come on team so ersten stock waren wir schon gehen wir ins erdgeschoss so, wie war das? was müssen wir jetzt machen? wie spät haben wir das jetzt überhaupt? müssen wir mal schauen wie lange sind wir schon bei? 35 minuten? 21 und 19 ok was müssen wir jetzt machen? ach so, wir müssen in das büro oben hin, ne? das war im erdgeschoss da müssen wir das büro finden das machen wir noch mit deiner hilfe, lieber zuschauer ich hoffe, du verstehst mich na? bis jetzt sind wir nur einmal unseren facehackern begegnet so come on team jetzt pass mal auf wir müssen jetzt eigentlich müssen wir jetzt da hoch, ne? äh hä? Fahrstuhl, ja? wo müssen wir jetzt hin? das büro müssen wir finden, aber wo ist das? wir kommen hier, um das büro zu genießen, also bewegt jetzt jetzt hier ist der einzige Raum, wo wir noch nicht waren das haben wir geholt hm unser auto ist da, also kann uns nichts passieren jetzt erstmal da ist die cam müssen wir nicht hier irgendwie hoch erreiche das büro von vielleicht müssen wir gehen dann ist das büro hier, oder was? müssen wir hier hin, oder wie? ne? ah, wir müssen den ersten stock, na toll und dann müssen wir irgendwo, irgendein, aber wahrscheinlich hier irgendwo die marines oh, echt jetzt da müssen wir doch ja, sicher mach mal picknick, du Nudel auf du bist genau, genau hier an der Lüftung ist das Vieh, das deppert, dann geh mal wieder zurück in den ersten Stock come on team bitte erster stock, danke sorry und wieder ladedaten es ist so warm, Leute ich schwitze hier wie so ein, keine Ahnung so also, sind wir im ersten Stock müssen wir, geh mal hier lang hurry up you slugs hurry up you slugs seid ruhig, besser wohl so, wir müssen jetzt hier lang und wahrscheinlich treffen uns genau da die Viecher guckt euch das mal an das ist echt genial gemacht also ich find das echt gut haben sie sich Mühe gegeben und das kostet nicht so viel genau so lang na toll, drei Viecher auch noch jetzt nicht mehr da hinten ist eins genau bei der Lüftung glaube ich so, jetzt müssen wir kurz gucken und gehen mal mal kurz hin hin dann sind sie wieder weg da müssen wir rein dann machen wir jetzt erstmal einen Schutzraum würde ich sagen das sind drei, zwei Türen, oder? zwei Türen, okay, komm her hier komm her da ist niemand da, Sarge patch mich hin, ich bin sicher, dass wir etwas auf seinem persönlichen Terminal finden finden sie gehen auf den Weg okay wälde die Türen Türen secure so, jetzt haben wir einen Schutzraum jetzt können wir uns können wir uns ausruhen dein Fortschritt wurde gespeichert teilt 100 Stress super, alle Befehlspunkte wieder da heilt eine Blutung einfallsreich plus ein füge ein, lade Streifen in Zukunft das ist doch gut es ist so gut mit Entschuldigung Entschuldigung ja, genau deswegen warte ich du Nudel Auk lass mich mal ein bisschen nachdenken bevor ich hier irgendwas mache verschweißt, verschweißt, das ist gut lass uns was wir gekommen sind und raus raus mhm copy ok, lass uns sehen was da drin ist ok, ich sehe den Importationsloggen? aber wir haben ein Problem es ist entkriptet kannst du es öffnen? die Art des Sicherheitsstandards ist einfach aber schrecklich ich brauche und als Kompetenz der Direktor hat eine Obligation für ihn mit ihm egal was aber ich sehe nicht der PDT von uns dann glaube ich der Straße war Glück für uns wir haben mehr Objektiv trotzdem Sgt. Harper ich habe durch die PDT und die 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 All right, Marines. Administrator. She needs that director and we need that vet. We're making a detour through that mine. Really, Sergeant? Caving? Thank God I'm only flying with you lot. Don't push me, Hanslitz, or I'll drag you in those tunnels myself. We didn't come here to enjoy the view, so move now. Okay. Come on, team. Okay, that fish is now down there, or what? Let's see. But I don't see a fish here. Sorry. Okay, let's go out. We're going to go there. We're going to go there in the direction. So, now we're going here. Come on, team. I've got something on the tracker. Und wir müssen leise sein. Lauf, Forrest, lauf! Ja, ja, wir schaffen das noch. Komm schon. Nein! Komm raus! Boah, haben wir Glück gehabt. So, wo läuft der? Nein, wir sehen uns. Versuch mal, die Viecher mal zu umgehen. Nein, echt jetzt? Na komm, lauf mal rein da. Egal. Okay. 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 Komm schon, beeilt euch. Komm schon. So. Glück gehabt. Na, mal sehen, ob die jetzt irgendeinen von uns gekillt haben. Die sind ja mit in den Fahrstuhl rein. Normal müsste es jetzt eine Filmsequenz geben. Das wäre cool. Also, wie die Viecher gegen das Ding da kämpfen. Äh, gegen die Marines. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht. Achte auf deine Umgebung. Du kannst Gegenstände und so weiter und so fort leicht übersehen, wahrscheinlich. Das ist das warm. Ich hasse es. Nenn mich eine Schlange. Mach ich. Schlange. Jetzt ist genau hier vorne ist so ein blödes Vieh. Pass mal auf. Mach mal so. Es ist quiet. Too quiet. Ich habe keine Punkte mehr, oder was? So, passt. Dann gehen wir mal langsam vor. Ach, jetzt ist er weg, oder wie? Dann kann ich auch alles abbrechen. Stress hat keiner, ne? Außer 7%, 9, 7. Passt schon. So, wo müssen wir hin? Was ist hier? Ach, guck mal da. Oh, warte mal kurz. Warte mal kurz. Wie machen wir das? Einmal. Auf geht's. Don't move. Gonna fix you up best I can. Komm schon. Hold on, Marines. Hast du dich? Immer noch nicht? Och, gibt's noch nicht. Wie lange brauchen der? Jetzt dann. Don't move. Gonna fix you up best I can. So, jetzt kann man das Ding looten hier. Das ist gut. Gibt's hier einen Ausweg? Ne, ne? Ach, guck mal. Hier ist noch eine Kiste. Copy. Move on. Gibt's hier noch was? Ne? Ah, hier ist auch noch was. Schau. Move, move. Let's see what's inside. Da ist ein Toter. Jetzt gehen wir mal hier nicht raus. So, wie machen wir das jetzt am besten? Der sieht uns sicher von der anderen Seite. Die haben wir auch schon gelootet. Stay frosty, Marines. Hier waren wir schon. Wo kommen wir denn jetzt raus hier, verdammt? Gibt's hier noch einen Weg raus, oder was? Fahr'n wir nochmal. Hier geht's nicht raus. Da geht's nicht raus. Da nicht. Move. Shit, it's coming to us. Achso, hier seht das Auto. Passt schon. Ach, guck mal. Da waren wir noch nicht drin. Was sind drei Viecher drinne? Na, komm raus. Hier gehen wir noch rein, dann machen wir Feierabend. Mal rein, dann machen wir noch mal rein. Wisst ihr was? Wir machen das mal richtig gut hier. Pass mal auf. Wir stellen mal hier so ein Ding hin. Und hier stellen wir noch so ein Ding hin. Aber von wo kommen die? Warte mal, schauen wir mal kurz. Von hier, oder? Oder von hier? Von da kann nichts kommen. Also wenn, dann kommt das von da. Und jetzt können wir uns ganz in Ruhe umgucken. Hier ist ein Datenpad. Pizza-Stück. Oh, das Radio. Können wir das anmachen? Hier hinten kommen wir auch noch lang. Guck mal, hier haben wir auch noch nicht geguckt. Okay, also eins nehmen wir jetzt wieder mit. Das nehmen wir mit. Das hier nehmen wir mit. Ach komm, nehmen wir beide mit, egal. Genau hier ist das Vieh, oder was? Genau hier ist das Vieh, oder was? Jetzt sind wir gejagt. Okay, pass mal auf. Ja, ja, kommt ihr mal. Ich fühl mich mal, ich fühl mich mal ein bisschen umgucken hier. Jetzt pass mal auf. Okay. Okay. Schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Gehen wir an. Gibt es hier irgendwas Gutes? Ich höre sie nicht mehr. Wir sind klarer. Doppelteint. Ah, das schaut lecker aus. Ach, das ist die Küche. Kein Wunder, warum die hier sind, ne? Gute Köche und so, aber hier scheint nichts mehr zu sein. Alles klar. Gehen wir mal wieder raus. So, jetzt haben wir alles. Kommt, Team! Oh, Computer spielen können wir noch ein bisschen. Geht nicht. Schade. Ja, die Viecher warten hier. Da, äh, in der Lüftung ist das Vieh. Aber wir haben jetzt, äh, mal Abschluss gefunden. Cool. Ah, guck mal hier! Was ist mit dem? Ist der verpackt? Auf geht's! Ugh, ich liebe den Job. Hehe! Hier ist dein Sample. Wieder zurück, bitte. Danke. So. Mission. Fertig. Was haben wir denn? Sanitätsartikel. Werkzeuge 3. Automatische Geschütze 2 immer noch. Materialien 3. Xenoproben. Super. Und alle sind ein Level aufgestiegen. Yeah, wir können uns neue Waffen so... Bitte, die Dingsen und so. Und beim nächsten Mal werden wir mal den Feuer... Äh, 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 wie nennt man das? Den Feuerspeier einsetzen. Und die Mine. Die Mine werden wir einsetzen. So schaut's aus. Liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dir, mein lieber Live-Zuschauer. Vielen Dank, dass du reingeschaut hast. Äh, ich hoffe, du bist beim nächsten Mal auch wieder dabei. Ich werde dann, ähm, auf Twitch bekannt geben, wann das sein wird. Ich weiß nicht genau, was für ein Tag morgen ist in Sachen Arbeit. Deswegen weiß ich nicht, ob ich morgen online bin. Aber... Ich hoffe, dir hat's gefallen. Macht euch einen schönen Abend, alle. Und wir sehen uns demnächst. Bis dahin, bleibt gesund und bis bald. Ciao.